Das mit dem Rezept ist einfach schon erledigt. Bitteschön. Was? So, Herr Martz, ich habe schon alles für Sie eingetötet. Was? Und wie geht es jetzt mit dem Rezept? Ganz einfach, Rezept fotografieren und dann direkt in der Apotheke deiner Wahl einlösen. Was? Wie bitte? Mit gesund.de ist deine Apotheke immer da, wo du bist. Jetzt gesund.de-erb runterladen. Vielen Dank.